heute haben wir den sonntag kantate singet und wir als lukas gemeinde wir haben heute einen gemeinsamen gottesdienst über die video plattform zoom gefeiert und wir haben gemeinsam gesungen unter der begleitung von unserem kantor christoph körber denn das können wir ja im digitalen raum miteinander singen gemeinsam gott loben das wäre auf analoge art und weise gar nicht gegangen und ich möchte ihnen und euch anteil geben an meinen gedanken die ich heute im gottesdienst mitgeteilt habe kantate singen das ist ja ein grundbedürfnis des menschen eine grundsprache mancher hat morgens schon ein lieb auf den lippen wenn er aufsteht ein andere vielleicht summt sie mit oder sie singt mit wenn sie lieder im radio hört im bad oder danach beim frühstück auch kinder singen gerne und es berührt mich immer wieder wenn sie so ohne angst und jegliche bedenken einfach los summen und los singen und beim singen kommt es natürlich auch darauf an welche musik gefällt mir und welche passt zu mir zu meinem meiner aktuellen befindlichkeit und singen verändert etwas auch ein trister morgen verändert sich wenn ich ihn mit einem fröhlichen lied starte danke für diesen guten morgen danke für jeden neuen tag danke dass ich all meine sorgen auf dich werfen mag so singt es jemand gott zu oder ein tag fängt anders an wenn ich ihnen mit einem lob gottes beginne ich lobe mein gott von ganzem herzen erzählen will ich von all seinen wundern und singen seinem namen ich lobe mein gott von ganzem herzen ich freue mich und ich bin fröhlich her in dir halleluja aber natürlich kann es auch sein dass es mir gar nicht gut geht dass ich leide dass ich sorgen habe ja dass ich sogar verzweifelt bin und dann ist es vielleicht eher ein lied von martin luther aus tiefer not schreie ich zu dir herr gott erhör mein rufen beim singen da schwingt so vieles mit kopf und herz verstand und gefühl leib und seele und ich bekomme einen zugang auch zu den tieferen schichten meines lebens paul gerhard der großartige dichte des evangelischen kirchen die das hat es in ganz bekannte worte gefasst und die möchte ich jetzt zeigen und damit er sie gut sehen könnt gehe ich mal in den hintergrund auf die kanzel denn von hier aus habt ihr die möglichkeit die worte viel besser zu sehen du meine seele singe wohl auf und singe schön dem welchem alle dinge zu dienst und willen stehen ich will den herrn droben hier preisen auf der erd ich will ihn herzlich loben solang ich leben wird das ist singen aus tiefster seele aus ganzem herzen und ich finde diesen dialog so schön zwischen dem sänger und seiner seele wie sie sich gegenseitig zum singen auffordern du meine seele singe jetzt mach doch singen sei doch mit dabei denn das singen ist an sich ja schon eine ganz wunderbare sache ein wirkliches geschenk an uns menschen und noch größer ist es wenn wir nicht nur für uns singen sondern wenn wir auch gott zu singen gemeinsames singen ist schön füreinander singen ist schön ein lied zum geburtstag zum beispiel viel viel glück und viel segen auf all deinen wegen gesundheit und freude sei auch mit dabei wie schön ist das wenn man zum geburtstag so ein lied gesungen bekommt oder wenn man gemeinsam einen menschen froh und glücklich machen kann wenn man ihm das zusingt das ist doch wunderbar eine große freude aber es ist noch größer wenn wir gott die ehre geben der uns diese welt anvertraut der uns das leben geschenkt hat und der in unendlicher liebe für uns da ist die strophe ist eine einladung an alle mit einzustimmen das lob gottes und ein statement ein bekenntnis ich fange damit an ich will den herrn droben hier preisen auf der erd ich will ihn herzlich loben solange ich leben wird ich fange an und ich bleibe dabei das ist kein singen aus persönlichem überschwang der gefühle sondern ein lebensprogramm und das finde ich wirklich stark solange ich leben werde wie viele lieder sind schnell verklungen we are the champions das singt man manchmal im stadion wir sind die sieger und bei der nächsten niederlage ist es oft schon vergessen und das lied verklungen aber hier nicht ich will den herrn droben hier preisen auf der erd ich will ihn herzlich loben solange ich leben werde dieses droben das ist nicht so gemeint dass gott weg ist weit weg weg von meinem leben und von meinen problemen sondern ich verstehe es eher so dass es meint dass es ist mir vielleicht zu hoch ich kann das gar nicht verstehen ich kann das gar nicht begreifen dass gott überall ist und dass er gerade auch für mich da ist da wo ich jetzt bin da wo du bist wo sie sind wo wir jetzt sind und leben mit unseren ängsten und hoffnungen unserem stress und unseren glücksmomenten gott ist da und das lied das geht ja dann noch weiter die nächste strophe wohl dem der einzig schauet nach jakobs gott und teil wer dem sich anvertraut der hat das beste teil das höchste gut erlesen den schönsten schatz geliebt sein herz und ganzes wesen bleibt ewig unbetrübt der wird gelobt der wird gepriesen der seine hoffnung auf den lebendigen gott setzt das ist das beste teil den schönsten schatz den es gibt hat er und das wort schatz trifft es ja vielleicht ganz besonders gut ein schatz ist etwas besonderes ein mensch der mir viel bedeutet den ich liebe und ein schatz kann aber auch verborgen sein versteckt sein weil gott weil glaube gerade auch heute für viele menschen verborgen ist versteckt ist nicht zugänglich nicht interessant verborgen lassen sie uns noch einmal zurückschauen auf die erste strophe du meine seele singe wohl auf und singe schön dem welchen alle dinge zu dienst und willen stehen ich will den herren droben ihr preisen auf der erd ich will ihn herzlich loben solang ich leben wird wohl dem der einzig schauet nach jakobs gott und teil wer dem sich anvertraut der hat das beste teil das höchste gut erlesen den schönsten schatz geliebt sein herz und ganzes wesen bleibt ewig unbetrübt aber nicht nur paul gerhardt hat wunderbare texte geschrieben sondern da sind auch noch andere da ist ein anderer über den ich jetzt auch noch mal mit ihnen nachdenken möchte und zwar hat er noch lange vor paul gerhardt gelebt vor 3000 jahren er hat selber texte geschrieben und melodien komponiert und von ihm haben sie vielleicht schon gehört dass er wunderbar harfe spielen konnte und dass er mit dieser harfe auch menschen verändern konnte selbst so jemand depressiven wie den könig saul wenn david so heißt der könig david der musiker david der hirte david wenn der mit seiner harfe spielte dann blieb kein auge trocken dann wurden die herzen berührt auch wie das herz von könig saul er gilt mit seinen psalmen manche hat er selbst geschrieben und eben andere wurden ihm zugeschrieben als einer der wichtigsten musikalischen gestalten in der christlich jüdischen musikgeschichte und ein großer künstler marc chagall hat ihn in seinem werken immer wieder dargestellt auch in dem folgenden bild was ich jetzt gerne mit euch teilen möchte könig david ein besonderes bild was marc chagall da gezeichnet hat beim könig erwarten wir vielleicht zunächst einen reichsapfel ein zepter als zeichen seiner macht und könige faszinieren uns menschen ja bis heute ich denke an die queen wie viele schauen auf sie oder haben jetzt auch in den letzten wochen auf sie geschaut als ihr ehemann philipp gestorben ist und beerdigt wurde und menschen aus aller welt haben diese übertragung der trauerfeier und der beerdigung gesehen ein könig david er spielt harfe den kopf hat er zur seite gedreht den körper leicht schräg geneigt bewegt von der musik die er spielt die krone als zeichen der macht ist ihm geblieben und der anklang an die uralte farbe der herrscher dieses purpur rot dieses besonderes kostbar und sehr teure farbstoff der aus der purpurschnecke gewonnen wurde er war den herrschern vorbehalten kräftiges rot bestimmt die farbigkeit des bildes und zartes rosa in verschiedenen abtönungen zart schwebend wie die töne der harfe sie umgeben ihn wie gott ihn umgibt könig david als liederdichter psalm schreiber verfasser von gebetstexten die ihm zugeschrieben oder von ihm selbst verfasst sind so ist er bis heute hoch geschätzt bei juden und christen er liefert uns worte zum gebet mark chagall hat sich entschieden david gerade von dieser musischen seite darzustellen ein harmonischer farbklang eine geschlossene komposition sprechen aus dem bild von mark chagall in der wirkung vielleicht vergleichbar mit dem gefühl von geborgenheit das sich beim hören von musik einstellt und von dem lied von die ihnen der treu beruhen gott hält sein wort mit freuden und was er spricht geschicht und wer gewalt muss leiden den schützt er im gericht ich komme nochmal zurück zu david david der musiker david der so großartig darin ist seine harfe zu spielen aber das ist nur eine seite von david es gibt ja auch andere und die bibel erzählt uns ganz offen davon von dem machtpolitiker der seine soldaten zählt und mehr auf militärische stärke hofft als auf gott oder da ist die beziehung zu einer frau batzebar von der er sich angezogen fühlt und deren mann er in eine schlachtreihe ganz nach vorne stellt in der hoffnung dass er nach dessen tod batzebar ungestört zur frau nehmen kann so zeichnet die bibel eben auch noch ein ganz anderes bild als das was wir hier sehen david wird nicht göttergleich überhöht das macht die bibel nicht sondern sie stillt zeigt uns diese schillernde persönlichkeit eine persönlichkeit die fasziniert und erschreckt die bewegt und abstößt und damit wird david der große herrscher israels zu einem menschen wie wir wie du und ich wie jeder andere auch der eben angewiesen ist auf gottes gnade auf das angenommen sein gottes der allein rettet in unserer zeit fällt es uns oft schwer zu ertragen dass menschen eben ganz unterschiedliche seiten haben helle und dunkle und dass wir vieles gar nicht kennen oft sehen wir nur ein bild so wie hier vom könig david und wir beurteilen einen menschen nur aus einer einzigen perspektive sicherlich habt ihr in den letzten tagen auch über die aktion alles dicht machen gehört gelesen vielleicht auch videos gesehen 50 künstler und schauspielerinnen wollten darauf hinweisen dass mit der coronapolitik eben nicht alles gut läuft und ja die mittel von ironie und satire waren mindestens missverständlich und ja man muss diese aktion auch nicht gut finden auch ich hätte gut ohne sie leben können und doch vorsicht bei aller kritik erst einmal hinschauen nicht gleich einen shitstorm über eine andere person ausgießen oder sogar berufsverbote fordern man kann einzelne positionen gut finden oder sie kritisieren in frage stellen eine andere meinung genauso laut äußern aber wir sollten im blick behalten doch dass wir doch alle ganz verschiedene seiten haben so wie könig david er war eben nicht nur ein musiker sondern auch ein verbrecher und ist schuldig geworden und doch war er mit einer wunderbaren musischen gabe gesegnet die bibel lässt das alles nebeneinander stehen und mark schagall der jüdische maler mit seiner intensiven kenntnis des alten wie des neuen testaments der weiß das alles mit diesem bild stellt schagall uns einen begnadeten könig vor begnadet durch seine musischen gaben begnadet von gott der menschen festhält und ihm vergibt wenn er aufrichtig darum bittet trotz aller seiner tiefen seiner schuld und verzweiflung kann david als musiker und poet ein lobpreis in vollen klängen anstimmen vielleicht wird deshalb david auch zu einer biblischen gestalt mit der sich mark schagall als poet der farben am ende seines lebens selbst identifiziert und soweit erstmal zum könig david blende sein bild aus und kommen noch mal zu euch nach vorne auch von jesus erfahren wir in der bibel ganz unterschiedliche seiten er predigt er heilt er besucht er tröstet er klagt an oder schmeißt die händler aus dem tempel er wird verstanden oder auch verachtet die einen glauben an ihn die anderen misstrauen ihm für die einen ist er der heiland für die anderen ein großer scharlatan und wir sind mit ihm unterwegs und bedenken immer wieder seine worte auch von verschiedenen seiten und überlegen was heißen sie für uns wie können wir sie verstehen wie können wir sie einander zuordnen und wie fordern sie uns heraus heute als gemeinde auch als lukas gemeinde was ist unser auftrag was nehmen wir mit jesus christus er ist der herr der wahre könig david ist ein könig nicht nur mit ecken und kanten sondern eben auch mit persönlicher schuld und manchem verbrechen ein mensch wie du und ich eben mit stärken und schwächen auch mit schuld und versagen wir haben ganz unterschiedliche seiten besondere begabungen und talente aber wir kennen ja auch alle niederlagen schuld und versagen und mit all dem dürfen wir zu christus gehören und mit all dem sind wir ein teil von ihm leben unter seinem himmelszelt unter seinem segen und wir dürfen und sollen sein lob vermehren und so komme ich nochmal zurück auf eine strophe des liedes von paul gerhard und damit ihr sie wieder sehen könnt gehe ich nochmal nach hinten ach ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen ruhm der herr allein ist könig ich eine welke blumen jedoch weil ich gehöre gen zieren in sein zelt ist billig dass ich mehre sein lob vor aller welt und deshalb vermehre ich sein lob das ist mir wichtig ich wünsche ihnen und euch einen ganz gesegneten sonntag einen guten start in die neue woche und ich wünsche euch viel freude beim singen und ja ich hoffe ihr habt auch freude dabei Gott zu loben Amen und der Friede Gottes der höher ist als all unsere Vernunft er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus Amen